Los weiter, so ist es hier bei dem Netzpolitischen Abend von einem Thema ins nächste. Wir freuen uns, dass Anne Roth hier ist. Anne Roth, Netzaktivistin, Medienaktivistin, Mitgründerin von Indymedia und seit dem letzten Jahr Referentin für die Bundestagsabgeordnete Martina Renner für den NSA-Untersuchungsausschuss, den NS-Auer. Und ja, wir sind nach einem Jahr gespannt, was es an Bilanz zu ziehen gibt. Vielen Dank. Auch nochmal Danke an das Projekt vor mir. Großartige Sache. Und das mit dem Hashtag, das wird noch. Ich bin nicht Referentin von Martina Renner, das steht zwar bei Wikipedia, aber ihr dürft nicht immer alles glauben, was da steht. Ich bin Referentin der Fraktion und arbeite mit Martina Renner eng zusammen. Ich stehe jetzt vor der Herausforderung, hier in 15 plus x Minuten ein relativ komplexes Thema vorzustellen und dachte, viele von euch haben wahrscheinlich eine ganze Menge schon in der Zeitung ab und zu mal gelesen oder im Internet. Und ich werde jetzt mal versuchen, das genau nicht zu referieren, sondern nochmal so ein paar Basic Facts, weil ich denke, die sind vielleicht auch interessant, um so ein bisschen besser einordnen zu können, was ist das eigentlich, wie funktioniert das, wie arbeitet ein Untersuchungsausschuss, was kann der machen, was kann der nicht machen, aber auch natürlich, um welche Themen geht es, was ist bisher passiert und warum und warum nicht. Der Untersuchungsausschuss hat acht Mitglieder und davon sind ganz entsprechend, das bildet ja die parlamentarische Demokratie und ihre gewählten Vertreter ab, wir haben im Moment eine große Koalition von 80 Prozent, das heißt, in diesem Untersuchungsausschuss sitzen vier Mitglieder der Union, zwei Mitglieder der Sozialdemokraten und ein Mitglied für die Linke und ein Mitglied für Bündnis 90 die Grünen, das heißt, die sind eben genau ein Viertel von den acht. Was genau wie im Parlament sonst auch für die Minderheitenrechte häufig relativ schwierig ist, weil wenn man da unter einem Drittel ist, dann ist es oft schwierig. Seit wann gibt es den Untersuchungsausschuss? Ganz interessant finde ich, das geht ab und zu so ein bisschen unter, dass alle Fraktionen gemeinsam tatsächlich die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses beschlossen haben und damit auch gemeinsam dem Untersuchungsausschuss einen Auftrag gegeben haben. Das erste Blatt davon, das kann man dann alles sich auch nach durchlesen, wenn man gerne möchte, von diesem Antrag ist hier zu sehen. Insgesamt hat dieser Untersuchungsauftrag fünf eng bedruckte Seiten, ist unterteilt in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt betrifft die Untersuchung der Überwachung durch die Five Eyes gemeinsam mit dem BND oder die Rolle auch der deutschen Geheimdienste dabei, von Deutschland nach Deutschland und in Deutschland. Dabei sind wir jetzt nach einem Jahr immer noch ganz intensiv. Es geht aber auch um die Überwachung der Bundesregierung selbst, des Parlaments, der Bundesbehörden und ihrer Verfassungsorgane. Das ist Abschnitt Nummer zwei. Da sind wir noch nicht. Und schließlich im dritten Abschnitt geht es darum, dass der Untersuchungsausschuss Empfehlungen aussprechen soll zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung und zur Integrität der IT-Systeme. Das alles natürlich, wie gesagt, sehr viel ausführlicher, aber das sind so die drei groben Aufgaben, die der Untersuchungsausschuss hat. Insgesamt gibt es dazu dann 31 Unterpunkte. Die interessanten, die da so ein bisschen rausstechen aus dem, was ich oben schon beschrieben habe, sind speziell im ersten Abschnitt die Untersuchung der deutschen Beteiligung am geheimen Krieg. Das ist ja in letzter Zeit auch ein bisschen in den Medien gewesen, die US-Basis Rammstein. Die Frage, werden von dort aus Drohnen kontrolliert, gesteuert, werden nach da Informationen geliefert durch den BND, die die Steuerung der Drohnen möglich machen. Fröhliches Gelächter hier vor mir. Das ist eine Frage. Ja, könnte man jetzt darüber diskutieren, was Beweise sind und wer was als Beweis akzeptiert. Aber so ist das sozusagen. Das ist jetzt die Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses, von dem ich auch nicht glaube, dass er das Nonplusultra ist und die Lösung aller Fragen, aber auf jeden Fall ein ganz schönes Instrument, was wir da haben. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, das zu nutzen, weil ich dachte, das ist eine einmalige Gelegenheit, den Diensten so eng auf die Pelle rücken zu können. Der zweite entscheidende Punkt, seht ihr auch, ist die Beteiligung von US-Sicherheitsbehörden an Befragungen von Flüchtlingen hier in Deutschland. Wie funktioniert so ein Untersuchungsausschuss? Anders als normale parlamentarische Ausschüsse ist das ein zeitlich begrenzter Ausschuss, der sich grob im Verfahren an Strafverfahren orientiert. Sozusagen Parlament gibt sich den Untersuchungsausschuss, der als Ankläger, Anklägerin gewissermaßen funktioniert. Und die Bundesregierung ist sozusagen unser Gegenüber. Wir untersuchen, was die sich an möglichen Fehlleistungen geleistet haben. Entsprechend gibt es dann vom Untersuchungsausschuss beschlossene Beweisbeschlüsse. Die sehen dann, das liest man manchmal, in letzter Zeit ging es häufig um den Beweisbeschluss BND 26. Hier rechts habe ich den ersten BK 1, der sich bezieht auf das Bundeskanzleramt. Das heißt, der Ausschuss sagt, wir wollen entsprechend unserem Untersuchungsauftrag sämtliche Akten und Dokumente und Daten und Informationen zum Thema Abschnitt 1 des Untersuchungsauftrages. Das ist das hier, Abschnitt 1 und 2 mit Ausnahme von la 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 la. Also man lernt viel juristische Formulierungen dabei, denn das sind diese Sachen, die die Referentinnen dann schreiben müssen. Es gibt entsprechend zu diesen Akten dann, wenn da Fragen entstehen oder deutlich wird, es gibt Leute, die Fragen beantworten können, wird eben beschlossen, dass Zeugen vorgeladen werden und Zeuginnen. Und inzwischen gab es seit Einsetzung, seit letztes Jahr März, insgesamt 50 Sitzungen dieses Untersuchungsausschusses, davon ungefähr die Hälfte öffentliche Anhörungen, die andere Hälfte ungefähr sind nicht-öffentliche sogenannte Beratungssitzungen, wo zum Beispiel diese Beweisbeschlüsse diskutiert werden, wo Verfahrensfragen diskutiert werden, wo Zeuginnen geladen, Zeugenpläne gemacht werden und so weiter diskutiert wird, ob Selektorenlisten eingesehen werden können oder nicht. Das Ergebnis wird nicht sein, dass der BND abgeschafft wird oder die Regierung gestürzt, jedenfalls nicht, was sozusagen die direkte Arbeit des Ausschusses angeht, sondern was dabei rauskommen wird, ist ein Bericht fürs Parlament und auch nur bezogen auf die öffentlich zur Verfügung stehenden Informationen. Alles, was in nicht-öffentlichen Sitzungen, in geheimen, gar eingestuften Sitzungen stattfindet, wird in diesem Bericht auch nicht vorkommen können. Hier mal kurz, alle Leute, die mit dem Parlament zu tun haben, kennen das, das sind die Sitzungswochen des Bundestages, also die Wochen im Jahr, wo der Bundestag tagt und wo entsprechend auch Untersuchungsausschusswochen und Ausschusssitzungen sind. Wenn ihr mit Leuten wie uns zu tun habt, ist das ein wichtiges Instrument, weil da, wo die roten Balken sind, haben wir immer gar keine Zeit und dazwischen geht es ein bisschen besser. Dies hier ist ein Hilfsmittel, was ich mir mal gebastelt habe. Das ist eine Tabelle, die mir verhilft, den Überblick über die Beweisbeschlüsse zu behalten. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber wir haben zum Beispiel da ganz oben, diese grüne 1, das ist AA1 und ein bisschen weiter gibt es BFV1 und BK1. Das ist also der Beweisbeschluss, den ihr gerade schon gesehen habt. Beiziehung aller Akten zu Abschnitt 1 und 2, zu den Ministerien, Auswärtiges Amt, Verfassungsschutz, Bundeskanzleramt, BMI und so weiter. Und das sind sozusagen die Themen, zu denen wir schon Beweisbeschlüsse gefasst haben. Das ist ein bisschen unübersichtlich, aber einfach, um mal so ein bisschen deutlich zu machen, in welcher Breite oder warum auch manchmal die Rede ist, dass da so wahnsinnig viele Akten ausgeliefert werden, in denen wir ertrinken. Das hat mit diesen Beweisbeschlüssen zu tun. Die roten Markierten sind dann die, wo die entsprechenden Ministerien sagen, dazu haben wir keine Akten. Die Grünen sind die, wo sie sagen, dazu habt ihr jetzt schon alle Akten. Ganz rechts sieht man die Fristen, die sie eigentlich hätten halten müssen. Und das ist aber auch nicht vollständig fertig ausgefüllt, gebe ich ehrlich zu. Hier kann man es noch mal ein bisschen genauer sehen. Oben die ganzen Ministerien, aber auch MAD, Generalbundesanwalt und so die Themen, mit denen wir uns am Anfang beschäftigt haben. Es gibt einen Beweisbeschluss zu sämtlichen Akten, die zu tun haben mit den Dingen, die in den Snowden-Dokumenten im Spiegel, also in der Deutschlandakte, letztes Jahr im Sommer veröffentlicht wurden. Also alles da drumherum, das sind eine ganze Menge. So, jetzt vielleicht mal kurz zu den Dingen, die in dem Ausschuss stattgefunden haben bisher. Ich habe mal so die wichtigsten rausgegriffen für mich. Das Erste war natürlich die Benennung, tatsächlich auch einstimmig im Ausschuss des Zeugen Nummer 1, Edward Snowden, der ja benannt wurde schon letztes Jahr im Mai. Den Beweisbeschluss könnt ihr hier sehen. Der Erste Untersuchungsausschuss hat am 8. Mai 2014 beschlossen, dass Edward Snowden Zeuge sein soll. Seitdem ist es nicht mehr so einstimmig, wisst ihr auch, weil die Mehrheit im Ausschuss verweigert, einen Termin festzulegen, wann Snowden gehört werden kann. Das ging eine ganze Weile, beziehungsweise geht eigentlich immer noch, gedingtlich kommt es immer noch mal, Anfang Januar, Anfang Juni und überhaupt im Frühsommer gab es eine Reihe von Sachverständigenanhörungen, eine relativ brisante Anfang Juni. Da waren die Verfassungsrichter Papier Becker und Hoffmann-Riem da, die unisono das Agieren des BND im Ausland für rechtswidrig halten. Und eigentlich sind Sie sicher an der Stelle, wo Sie sagen, die Annahme oder die These des BND oder die Basis für sein Handeln, dass das G10-Gesetz, also der Artikel 10 des Grundgesetzes, der die Telekommunikation schützt, nur für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gilt und entsprechend der BND keine weiteren rechtlichen Grundlagen dafür braucht, dass er im Ausland alle abhören kann, wie er möchte. Das ist eigentlich schon eine relativ irre Grundaussage gewesen, weil beispielsweise Papier früher Verfassungsgerichtspräsident war und auch CSU-Mitglied ist im Übrigen. Also der gemeinsam mit Hoffmann-Riem waren Zeugen, also nicht Zeugen, Sachverständige der Großen Koalition und sind dennoch sehr deutlich in die Parade gefahren. Binnie und Drake waren im Juli da, dann war die Sommerpause. Danach ging dann das Gerangel um Edward Snowden weiter. Ende September hat die Opposition eine Verfassungsgerichtsklage eingereicht, dass Edward Snowden geladen werden soll, zu versuchen, die Verhinderungsstrategie der Bundesregierung zu brechen. Das Verfassungsgericht hat diese Klage dann später abgelehnt. Im Oktober, also wir haben dann, das ist jetzt, ich habe es nicht alles aufgeführt, es hat in dieser Zeit Zeugenanhörungen gegeben und auch eine Reihe von anderen Thematisierungen. Das fing im Grunde damit an, die Kooperation BND mit NSA in der gemeinsamen Verbindungsbehörde, JSA in der ehemaligen US-Basis, in Bad Aibling zu untersuchen. Und während das so langsam sich voranruckelte, veröffentlichte die Süddeutsche den Artikel Code Word Iconal und damit wurde die geheime Operation Iconal öffentlich, die in den Akten auch vorkommt. Aber selbst da bin ich jetzt schon nicht sicher, ob ich das eigentlich erwähnen darf, ohne mich strafbar zu machen. Und damit wurde sozusagen diese Operation erstmals öffentlich, die ja den Ausschuss im Grunde bis jetzt immer noch beschäftigt. Kurz danach hat Peter Altmaier einen Brief an den Ausschuss geschrieben und ganz deutlich gesagt, wenn hier noch mehr Informationen aus dem Ausschuss an die Öffentlichkeit kommen, dann gibt es Strafverfahren. Code Word Iconal war nicht das einzige Leak, sondern es gab noch eine Reihe andere und hat also damit von Seiten der Bundesregierung schon massiven Druck ausgeübt auf die Abgeordneten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Annahme und auch Unterstellung, dass diese Informationen natürlich aus dem Ausschuss an die Zeitung gehen, während wir uns damit wehren, dass wir sagen, bevor diese Informationen im Ausschuss ankommen, sind sie ja in verschiedenen Ministerien. Sie sind beispielsweise im Kanzleramt, und sie sind natürlich im BND in der Regel, zumindest diese hier. Sie sind vielleicht auch im BMI und danach sind sie natürlich dann in der Geheimschutzstelle des Bundestages und auch im Ausschusssekretariat. Das heißt, es gibt massenhaft Leute, die diese Akten sehen, bevor wir sie sehen. Teilweise sind solche Veröffentlichungen auch schon gewesen, bevor wir die Unterlagen überhaupt gehabt haben. Einen Tag später gab es eine ganz zentrale Aussage, nämlich die Datenschützerin des BND, Frau Dr. F., die treten bis auf die ganz, ganz hohen Tiere immer mit Kürzeln auf und nicht mit richtigem oder ganzem Namen. Frau Dr. F. hat eine ganze Reihe von Dingen über die Praktiken des BND erzählt, die, gut, darüber kann man sich streiten, aber ich würde sagen, recht deutlich rechtswidrig sind. Und ja, dazu komme ich dann nochmal. Ende November hat dann der Generalbundesanwalt oder hieß es, der Generalbundesanwalt hätte die Ermittlungen zum Merkel-Handy eingestellt. Das ist im November dann nochmal so ein bisschen, im Dezember nochmal so ein bisschen relativiert worden. Ist ein bisschen ein Symbol dafür, wie sich der Generalbundesanwalt insgesamt zu dieser ganzen Sache verhält, nämlich extrem vorsichtig. Im Dezember ist dann die Snowden-Klage vom Verfassungsgericht abgewiesen worden, mit dem Argument, das Verfassungsgericht sei nicht zuständig. Dahinter steckt so ein bisschen verklausuliert das Argument, dass das gewissermaßen eine parlamentsinterne Angelegenheit sei, wenn die Bundesregierung und auch die Mehrheit im Ausschuss durch ihre aber nicht explizit und nicht schriftlich ausgedrückte Verweigerung den Zeugen zu laden, von ihrem Mehrheitsrecht Gebrauch macht, dann ist das keine Verfassungsangelegenheit. Das ist komplizierter als das, aber das war so in etwa das Argument. Was Ähnliches erleben wir im Moment gerade mit der Selektorenliste, wo es auch so ist, dass die Ausschussmehrheit sich weigert, also ganz konkret in der letzten Sitzungswoche war das so, dass die Opposition beantragt hat, der Regierung eine Frist zu setzen, bis wann die Selektorenliste dem Ausschuss vorgelegt werden muss und während Sigmar Gabriel öffentlich laut tönte, dass hier endlich und zügig und unvermittelt aufgeklärt werden muss, meldete sich sein Obmann im Untersuchungsausschuss als Erster zu Wort und schlug vor, dass dieser Antrag gar nicht abgestimmt, sondern erst mal vertagt wird, weil man gründlich darüber nachdenken müsse. Und solange die Ausschussmehrheit dies nicht ablehnt und auch die Bundesregierung das nicht ablehnt, gibt es gewissermaßen nichts, wogegen die Opposition klagen kann. Damit hängen wir mit der Forderung in der Luft und es steht ja zu befürchten, dass demnächst über einen Vorschlag abgestimmt werden wird, der da heißt Sonderermittler oder Ermittlungsbeauftragter und so weiter und da haben wir eben eine Dreiviertelmehrheit und werden uns mit rein parlamentarischen Mitteln dagegen schlecht wehren können. Während all dieser Dinge gab es natürlich immer weiter auch Zeugenanhörung im November, ach, im November, am 29. Januar eine relativ interessante, einerseits, weil da jemand vom BSI da war, der das erste Mal klar und deutlich erzählt hat, dass die Rolle des BSI im Verhältnis zum BND als prüfende Behörde, als zertifizierende Behörde, als die Behörde, die sozusagen dafür sorgt, dass das alles rechtmäßig ist, was da an Hard- und Software durch den B benutzt, BND benutzt wird, tatsächlich gar nicht geprüft wird, sondern lediglich die Akten studiert werden, die der BND zur Verfügung stellt, darüber, was da angeblich benutzt wird und das wird dann gewissermaßen für plausibel gehalten und dem wird dann vom BSI zugestimmt und ob das tatsächlich so eingesetzt wird oder anders, das weiß das BSI nicht. Es ist so ein bisschen auch wie das, was wir hören, wenn es um die Kontrollgremien geht, also die G10-Kommission und das parlamentarische Kontrollgremium, die also die Dauergremien sind, die die Nachrichtendienste in Deutschland kontrollieren, wo es auch so ist, das sagen auch deren Mitglieder, wenn sie öffentlich darüber sprechen, dass sie eben natürlich darauf vertrauen, dass die Vertreter des BND und der Bundesregierung ihnen wahrheitsgemäß berichten, was sie da tun. Das sind ja deutsche Behörden und deutsche Beamte und die lügen ja nicht. Das ist wie mit der Polizei, die halten sich an Recht und Gesetz und entsprechend wird die Kontrolle der Geheimdienste eben ausgeführt anhand dessen, was der BND da sicherlich vollständig und wahrheitsgemäß vorträgt. Und so ähnlich ist das mit dem BSI auch. So ist das mit der Kontrolle. Außerdem an dem Tag waren auch noch Leute von der Telekom da, die erklärt haben und erzählt haben, dass bei diesem Iconal-Projekt, also dem Datenabgriff in Frankfurt, bei der Telekom, bei dem Daten durch den BND an die NSA weitergegeben wurden, der Telekom schon auch Zweifel gekommen sind, ob das denn so richtig ist und es aber nie eine rechtliche Grundlage dafür gab, die gibt es faktisch auch einfach nicht, sondern die Telekom mehr oder weniger durch einen Brief des Bundeskanzleramtes, wo drin stand, das ist in Ordnung. Und dann sagte die Telekom, wenn das Bundeskanzleramt das sagt, deutsche Behörde, Beamten und so weiter, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Hat eine ganze Menge Leute gewundert. Einen Tag später veröffentlichte die Zeit, dass 220 Millionen Metadaten am Tag in den Außenstellen des BND weitergegeben werden. Eine Woche später gab es die erste Drohung eines Five-I-Staates von Großbritannien, die gesagt haben, so jedenfalls berichtete der Fokus, alles Leaks von irgendwo her, dass Großbritannien die Beziehung zum BND abbricht, wenn das hier weitergeht, mit diesen ganzen Veröffentlichungen, die die ganze Zeit aus diesem Ausschuss fließen. Einen Monat später wusste die Welt, woher auch immer, dass das Handy des Ausschussvorsitzenden Patrick Sensburg beim Transport zum BSI gehackt worden ist oder zumindest irgendwie die Packung offen war. Mitte April hörten wir dann, dass die SPD ein Gesetz zur Weltraumtheorie plant. Eine Weltraumtheorie ist eine von den abstrusen Rechtsauslegungen des BND, die da bedeuten, das hatte Frau Dr. F. uns im Oktober schon erzählt, und da war sie unter anderem deswegen, und das fand ich mutig und sehr couragiert, dass sie gesagt hat, für sie als Datenschutzbeauftragte haut die Interpretation des BND-Präsidenten Schindler nicht hin, der sagt, das BND-Gesetz und die darin enthaltenen Datenschutzvorkehrungen, die gibt es, deutsches Gesetz, deutsche Behörden, Datenschutz, die beinhalten, dass das aber nur gilt für Daten, die erfasst werden in Deutschland. Also deutsche Gesetze gelten auf deutschem Boden, das klingt unappetitlich, ist aber, also hat gewisserweise durchaus auch Sinn, weil warum sollten sie in Argentinien, die haben ihre eigenen, jedenfalls das BND-Gesetz, also gilt hier, und in Bad Aibling ist ja eine Satellitenerfassungsstation, und der BND ist der Meinung, dass die Daten, die mit diesen, ihr kennt die, diese Kugeln in Bad Aibling, erfasst werden von Satelliten im Weltraum, das ist ja nicht, die Satelliten sind ja nicht auf deutschem Boden, und entsprechend gilt da das BND-Gesetz nicht, sondern eben, das ist ja im Weltraum. Das ist die Weltraumtheorie. BND, also das haben die sich ausgedacht. Und die SPD hat inzwischen also gesagt, sie planen jetzt ein Gesetz zur Weltraumtheorie, das klingt erstmal ganz schön, ist aber ein Gesetz, was diese illegale Praxis des BND der Erfassung im Weltraum auf rechtliche Füße stellen soll. Klingt soweit erstmal ganz okay. Ich finde aber, es ist wichtig, darauf zu achten, dass diese ganzen Untersuchungen und Aussagen und gewissermaßen das, was der Untersuchungsausschuss tut, das läuft ja gerade noch. Wir haben sozusagen, obwohl es jetzt ein Jahr geht und nur noch zwei Jahre weiter, ganz vieles noch nicht wirklich fertig. Und natürlich macht es Sinn, auch zu sagen, okay, was auch immer dabei herausgefunden wird, soll dann nicht hinterher im Raum stehen bleiben, sondern es sollte sich tunlichst auch irgendwas ändern. Das ist das Motiv der SPD, zu sagen, dann fangen wir jetzt gleich an mit Gesetzesänderungen. Allerdings, was aus unserer Perspektive dafür deutlich zu früh ist, ist, wenn dabei rauskommt, dass das, was der BND illegalerweise tut, jetzt gewissermaßen rechtlich unterfüttert wird und hinterher dann ganz legal weiter passieren kann. Und wir kennen den Gesetzentwurf noch nicht, aber es steht so ein bisschen zu befürchten. Zehn Tage später wurde bekannt, dass der DKICS, also der Datenknotenpunkt, beziehungsweise die Betreiber des DKICS, vorhaben, gegen die Bundesregierung zu klagen. Dazu hatte es auch vom Vorsitzenden des Beirat Landefeld im März eine ziemlich interessante Aussage gegeben, dass die eben sich doch auch sehr unwohl fühlen mit den verschiedenen Praktiken des BND, die sie ja ausführen müssen. Und das ist aber ein bisschen untergegangen, weil einen Tag später der Spiegel dann angefangen hat, Details zu den Selektoren zu veröffentlichen. Die Tatsache, dass der BND auch gegen die jetzt in dicken Häkchen deutschen Interessen Spionage betreibt und auch gegen europäische Ziele, EU-Regierungen und so weiter, die ist nicht neu. Diese Annahme oder auch durchaus etwas belegte Annahme, die gibt es im Grunde seit Echelon mindestens und ist auch vorher schon im Ausschuss erwähnt worden. Aber diese Lektorenproblematik, die ist dann eben einen Tag später vom Spiegel veröffentlicht worden und bewegt ja die Presse seitdem. Ein Effekt war dann, dass diesmal die NSA dann einen Teil ihrer Überwachungspraktiken in Deutschland gestoppt hat. Das kann man jetzt negativ finden, aber das kann man natürlich auch positiv finden, dass da bestimmte Sachen jetzt nicht mehr stattfinden. Ob die NSA das gestoppt hat oder ob der BND das gestoppt hat, da gibt es ganz unterschiedliche Berichte dazu. Anlass soll gewesen sein, dass der BND in räummütiger Anerkennung, dass das schwierig ist mit der Spionage und dass das Bundeskanzleramt irgendwie nicht so richtig vielleicht informiert gewesen ist, was der BND da macht, von der NSA gefordert hat. Die sollen noch mal erklären, was sie da eigentlich ausspionieren und die NSA dann wohl gesagt haben soll, das sagen sie nicht. Und wer jetzt gestoppt hat, ich weiß es nicht. Noch zwei Tage später zog dann die Süddeutsche eine Karte aus der Tasche und veröffentlichte eine interessante E-Mail-Kommunikation zwischen dem Kanzlerin-Berater Heusken und der Obama-Beraterin Karen Donfried, wo es darum ging, ob Pofalla, als er im August 2013 im Wahlkampf verkündet hat, die Snowden-Affäre sei erstens beendet und zweitens stünde ein gegenseitiges Wir-Spionieren-Nicht-Abkommen, also No-Spy-Abkommen im Raum, ob er da gelogen hat oder nicht. Und die E-Mails, denke ich, haben die meisten gelesen. Wenn nicht, macht das, wenn ihr mal einen guten Moment habt. Ist sehr schmerzhaft zu lesen, wie unterwürfig Heusken verspricht, nie wieder das Wort No-Spy in den Mund zu nehmen. Ich bin jetzt keine Vertreterin dessen, die sagt, Deutschland muss selbstbewusster in dieser Situation sich verhalten. Ich finde Deutschland selbstbewusst genug, was das angeht, aber ich denke, dass unkontrollierte Agieren von Geheimdiensten auf der einen und anderen Seite ist, was aufhören muss und wo ich entsprechend solche Verhandlungen auch schmerzlich finde. Noch vier Tage später veröffentlichte Wikileaks dann die Protokolle der öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses und noch eine Woche später passierte das, was ich gerade eben schon erzählt habe, dass die Koalition unseren Antrag auf Vorlage der Selektoren vertagt hat und schließlich hat jetzt vor einer Woche der Geheimdienstchef Klepper verkündet, der Untersuchungsausschuss sei gefährlicher als Snowden. Ich freue mich jedenfalls über die Aussage und finde die nicht ganz so bedrohlich. Das übrigens hat die Bild geleakt, also man kann erkennen, deswegen habe ich das so ein bisschen dahinter geschrieben werden, geheime Informationen werden von allen querbeet veröffentlicht, je nachdem, wie es politisch gerade so am besten in den Kram passt. Und ich muss sagen, so insgesamt ist die Dynamik, nachdem es so im November, Dezember letzten Jahres, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, wo alle sagten, naja, jetzt hat sich die Koalition durchgesetzt, jetzt geht es nur noch irgendwie um Sensburg und seine verhauende Freundin und um Kiesewetter und warum der jetzt zurückgetreten ist und die Koalition hat kein Interesse mehr am Ausschuss und die Medien auch nicht und alles schläft ein und da kommt ja nichts mehr raus, hat das jetzt wieder ganz ordentlich Dynamik aufgenommen und so eine schöne Geheimdienstkrise hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Nochmal so ein bisschen weg von diesen Medienskandalen hin zu dem, was eigentlich in dem einen Jahr in den Ausschusssitzungen deutlich geworden ist, da gibt es eine ganze Menge an so in Häkchen Kleinigkeiten, von denen ich sagen würde, alleine dafür lohnt es sich, den Ausschuss zu haben. Frau Dr. F., die Datenschützerin, hat zum Beispiel erzählt, dass der BND Datenbanken führt, für die es keine Dateianordnung gibt, was nach Datenschutzregelungen klar rechtswidrig ist und dass sie aber daran arbeitet. Überrascht niemanden groß, aber ist dennoch was, wo man sagen kann, der BND hatte ganz offensichtlich den Eindruck, sie können machen, was sie wollen, sie brauchen sich an die geltenden Gesetze hier nicht halten, obwohl sie das permanent anders verkünden. Die Weltraumtheorie habe ich gerade erklärt, sie hat auch gesagt, dass Daten nach Personen mit fünf Verbindungspunkten gesammelt werden. Ein weiterer Zeuge hat, das ist von draußen, hat uns die Funktionsträgertheorie vorgestellt, da geht es wieder um das G10-Gesetz und den Schutz von Deutschen und ihrer Kommunikation. Dazu finde ich wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, was ja gerne in dieser ganzen NSA-Debatte im Blick auf die USA von uns aus moniert wird, ist zu sagen, die amerikanischen Bürger und Grundrechteorganisationen, die kümmern sich immer nur um die amerikanischen Staatsbürger und was ist eigentlich mit dem Rest der Welt zurecht. Und dazu muss ich sagen, wir machen das im Grunde nicht anders und der Grund dafür ist kein ausgeprägter Nationalismus, jedenfalls bei uns kann ich das so sagen, sondern einfach, weil die Geheimdienste ja erstmal anhand dessen überprüft werden, auf welchen Gesetzen sie sich bewegen und die sind eben so, dass sie vor allen Dingen erstmal die eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger schützen. Wir erwähnen natürlich permanent mit, dass wir finden, dass beispielsweise die Kommunikation nach Artikel 10 sich nicht nur, also der Schutz nicht nur auf Deutsch beziehen sollte, aber das ist zumindest erstmal das anerkannte Recht, auch mehrheitlich anerkannte Recht, entlang dessen der BND sich bewegen sollte und entsprechend prüfen wir es an diesen Stellen auch ab, um nachweisen zu können, dass sie das nicht mal einhalten. Die Funktionsträgertheorie also meint, dass deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, wenn sie im Ausland sind und dort also eigentlich vom BND nicht überwacht werden dürfen, in dem Moment nach Meinung des BND nicht geschützt sind, wenn sie Funktionsträger sind. Und Funktionsträger sind sie dann, wenn sie in ihrer Eigenschaft als Angestellte eines Unternehmens oder aber auch beispielsweise als Journalistin für ein ausländisches Medium irgendwo arbeiten und kommunizieren und deutlich sozusagen nach Ansicht des BND klar zu trennen ist, was ihre Privatkommunikation und was ihre Kommunikation für ihre Arbeit ist und die wäre dann eben, in Deutschland wäre sie geschützt, im Ausland ist sie dann eben nicht geschützt, weil sie sind ja Funktionsträger für zum Beispiel eben den CNN oder so. Es ist verschiedentlich von unterschiedlichen Zeugen sehr deutlich gemacht worden oder auch gesagt worden, dass Metadaten für den BND keine personenbezogenen Informationen sind, was natürlich einerseits für die ganze Metadatenauswertung der Five Eyes unheimlich wichtig ist und auch nochmal eine Rolle spielt für die Frage, sind Informationen, die der BND an die NSA weitergibt mit Bezug auf den Drohnenkrieg und aber sagt, damit kann man ja überhaupt niemanden lokalisieren, das sind ja keine personenbezogenen Daten. Das ist ein Punkt, der glaube ich uns noch eine Weile beschäftigen wird. Es gibt da unterschiedliche Aussagen dazu, definitiv überhaupt keine klaren, welche Metadaten vielleicht dann doch personenbezogen sein könnten. Es gibt durchaus BND-Mitarbeiter, die sagen, die sind generell nicht personenbezogen. Darunter eben gleich auch dieses, das hat damit zu tun, die Mobilfunkdaten eignen sich nicht zur zielgenauen Lokalisierung, da geht es um den Drohnenkrieg, das ist gewissermaßen so ein Mantra des BND, die sagen, wir können Mobilfunkdaten beispielsweise Pakistan, Afghanistan problemlos weitergeben, denn damit kann man ja niemanden umbringen, damit kann man ja niemanden lokalisieren. Das ist sozusagen aktueller Stand der Dinge. Worum es auch ganz viel geht, ist die Vorgabe, dass der BND bei der Erfassung von Daten insofern eingeschränkt ist, als er gesetzlich jetzt tatsächlich nicht einfach alles mitnehmen darf, sondern maximal 20 Prozent zum Beispiel einer bestimmten Datenleitung, die überwacht werden soll, für die es eine G10-Anordnung gibt und wo ganz deutlich geworden ist, dass als dieses Gesetz gemacht wurde, noch analog telefoniert wurde. Es gab keine paketvermittelte Kommunikation und die Vorgabe war, die 20 Prozent müssen abgetrennt werden, bevor irgendein weiterer Eingriff stattfindet. Das macht bezogen auf paketvermittelte Kommunikation wenig Sinn, weil wenn man da pauschal 20 Prozent rausnimmt und versucht, das hinterher wieder zusammenzusetzen, kommt keine lesbare Kommunikation raus. So sagte auch einer der BND-Zeugen, wenn man sich daran hielte, dann hätte man von der ganzen Datenerfassung nichts. Deswegen, so der Schluss des BND, halten Sie sich halt nicht dran. Und das ist aber ja auch nicht erst seit gestern so, dass wir paketvermittelt kommunizieren. Es wäre also auch aus Perspektive der Bundesregierung immer wieder möglich gewesen, das Gesetz der technischen Entwicklung anzupassen, haben Sie aber nicht gemacht, weil offensichtlich viel bequemer war, das dezent zu ignorieren und dabei dann eben einfach weitermachen zu machen wie gehabt und die 20 Prozent ganz anders auszulegen. Da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen, wahlweise bezogen auf die Gesamtkapazität der Leitungen oder aber vielleicht auch bezogen auf, wenn Sie sagen, wir nehmen 20 Prozent der Kapazität, aber natürlich wird nicht die gesamte Kapazität ausgenutzt, sondern es wird sehr viel weniger durchgeleitet und dann hat man natürlich auch mehr als die eigentlichen 20 Prozent der Kommunikation, die in einer Leitung übertragen wird. Und schließlich noch wieder auch so eine etwas sperrige Angelegenheit, die aber mindestens den ehemaligen Vorsitzenden der G10-Kommission, also des einen parlamentarischen Gremiums, das den BND eigentlich in seinen Aktivitäten kontrollieren soll, Hans de Wind, der als Zeuge da war, ziemlich blass hat werden lassen, als der in seiner Zeugenbefragung realisiert hat, dass die G10-Anordnung, die die G10-Kommission bewilligt, also bestimmte Leitungen dürfen überwacht werden mit dem Argument, da kommunizieren bestimmte Leute, die bestimmte Terroranschläge planen oder was auch immer, also so ungefähr wird der G10-Kommission das vorgetragen, dass diese G10-Anordnung, wenn sie sich auf Leitungen in oder durch Deutschland bezogen haben, sich gar nicht unbedingt bezogen auf bestimmte deutsche Staatsbürger und Staatsbürger, um die es ja geht beim G10-Schutz, sondern um das, was da sonst noch so durchfließt, die sogenannten Routineverkehre zu erfassen. Ja, ich weiß nicht, wie spät es ist, weil hier keine Uhr ist und ich habe auch keine und 20 vor 10. Ich versuche jetzt noch ein bisschen schneller zu machen oder vielleicht auch ein paar Sachen wegzulassen. Immer, das ist so eine BND-Viertelstunde. Neben diesen inhaltlichen Sachen, diesen kleinen und größeren inhaltlichen Dingen, gibt es ein zweites großes Kapitel des Untersuchungsausschusses und da geht es überhaupt gar nicht um den eigentlichen Untersuchungsauftrag, sondern um Formfragen, wenn man so will. Und zwar sind das die Auseinandersetzungen des Ausschusses mit der Bundesregierung darüber, wie der Ausschuss eigentlich arbeitet und inwieweit die Bundesregierung verpflichtet ist, rechtlich dem Ausschuss zuzuarbeiten, was mit der idealistischen parlamentarischen Grundidee zu tun hat, dass das Parlament die Regierung kontrolliert. Haben wir alle irgendwann mal in der Schule gelernt, soll so sein, das ist die Theorie dahinter. Und praktisch ist es aber eben faktisch, also das sieht man im Ausschuss, das spürt man und sieht man und merkt man sehr schön, wenn man sich so eine Anhörung mal anguckt, tatsächlich umgekehrt. Der Ausschuss hat Ideen, möchte bestimmte Dinge tun, teilweise auch die Ausschussmehrheit und die Bundesregierung sitzt mit Vertretern dort im Ausschuss und sagt, das könnt ihr machen, das könnt ihr nicht machen, das ist geheim, da dürft ihr nicht drüber reden. Diese Zeugen, das geht so nicht. Und entsprechend ja auch mit den ganzen Informationen, es ist so, dass der Ausschuss eben sagt, wir beantragen Material zu diesem oder jenem Thema. Die Bundesregierung ist dann verpflichtet, sämtliche Akten, Informationen und so weiter an den Ausschuss auszuhändigen. Und faktisch ist es aber so, dass das in der Form immer nur sehr eingeschränkt stattfindet. Das ist teilweise viel durch die Medien gegangen, Aktenschwärzungen, ich fand ganz lustig, dass ich gefunden habe, Thomas Oppermann, als er noch in der Opposition war, kurz vor der Wahl, sich darüber lustig macht, wie so Dokumente der NSA aussehen, die Pofalla der NSA abgerungen hat, aber faktisch sozusagen sehen unsere so ähnlich aus. Die dürfte ich jetzt hier nicht darstellen, ist ja alles geheim, darf man nicht fotografieren und so, deswegen dachte ich, sehr schön, kann ich das nehmen, hat der Oppermann gemacht. Aber unsere sehen genauso aus. Dass sie geschwärzt sind, ich zitiere jetzt hier Herrn Ströbele, der hat das oft genug schon erwähnt, auch andere, das ist glaube ich klar. Entsprechend auch ist es so, dass die Zeuginnen und Zeugen Aussagegenehmigungen haben durch die Bundesregierung, sind ja Beamte der BND, ist der Bundesregierung im Kanzleramt unterstellt, wo ganz klar drin steht, das und das dürfen sie sagen, zu denen und den Dingen dürfen sie was aussagen, zu anderen Sachen nicht und in den Anhörungen ist es auch immer wieder so, dass die sozusagen permanent, das ist gewissermaßen ein Kreis, in dem der Ausschuss sitzt, hier sitzen die Abgeordneten in der Mitte der Zeuge, auf der anderen Seite sitzt die Bundesregierung und die Zeugen, die gucken immer wieder zum Vertreter der Bundesregierung, Philipp Wolf, der dann eben sagt, ja oder nein oder kannst du beantworten oder hier jetzt ist aber Schluss. Anderer Auseinandersetzungpunkt dabei ist, dass diese Akten verschiedene Sorten von sogenannten Einstufungen haben. Einstufung bedeutet, sie sind entweder öffentlich, öffentlich sind von den Untersuchungsausschussakten gar keine, sondern in verschiedenen Einstufungen eben nicht öffentlich oder geheim. geringste Einstufungsform ist NFD, nur für den Dienstgebrauch, das dürfen sozusagen alle Leute einsehen, die im Bundestag beispielsweise oder in den Ministerien arbeiten. Dann gibt es geheime Akten, streng geheime Akten und dann gibt es das sogenannte Trepto-Verfahren, das sind die ganz super streng geheimen Akten, die dürfen nur von den Obleuten der Fraktionen, also pro Fraktion eine, sind insgesamt also vier Personen, in Trepto beim BKA in einem Raum eingesehen werden, aber die dürfen sich dazu nichts aufschreiben. Sie müssen sich alles merken. Für diese Lektorenlisten zum Beispiel war mal eine Weile im Gespräch, ob vielleicht das Trepto-Verfahren eine Möglichkeit wäre und wir stellen uns alle vor, 10.000, 15.000, 40.000 Millionen von IP-Adressen merken. Geht wahrscheinlich nicht so richtig gut. Das alles wird noch getoppt davon, dass ganz viele Akten sich im Konsultationsverfahren befinden. Die Bundesregierung ist der Meinung, dass die Kooperation zwischen BND und NSA, die ja durch bestimmte Abmachungen geregelt sind, das sogenannte, eins davon ist das sogenannte Memorandum of Understanding, was die Basis für ganz viel von dem ist, über das wir hier reden und da drin sagt, die Bundesregierung ist eben festgelegt, dass die Beteiligten die Akten oder die Dinge, die das dort Geregelte betreffen, betreffen, nicht weitergeben dürfen, weswegen sie auch der Meinung ist, dass Akten, die die Kooperation betreffen und jetzt nicht nur amerikanische Akten oder britische Akten oder kanadische meinetwegen, sondern deutsche Unterlagen über Gespräche, über diese Projekte und andere Dinge nicht an den Ausschuss gegeben werden müssen, sondern zunächst die USA gefragt werden muss, ob denen das Recht ist, dass der Ausschuss diese Sachen anguckt. Und wenig überraschend ist noch nicht viel zurückgekommen von dem, was in dieses Konsultationsverfahren reingeraten ist. Entscheidungen, wer verzögert, habe ich schon beschrieben, zum Beispiel Snowden oder jetzt dieser Antrag und davon gibt es noch reichlich die Einschüchterung durch Androhung von Strafverfahren, sowohl die Abgeordneten als auch uns betreffend, habe ich auch schon beschrieben. Und das war das erste Jahr. Wie geht es weiter? Ja, das hängt wahrscheinlich ein bisschen wie bisher auch schon davon ab, was sonst noch so öffentlich diskutiert wird, denn der eigentliche Fahrplan, den der Ausschuss hatte, der ist durch die verschiedenen Operationsveröffentlichungen, also Iconal etc. immer wieder völlig durcheinander geraten. Diese Lektoren gerade auch, meine Vermutung ist, dass das, ohne dass ich hier interpretiert werden möchte, als ob ich irgendwas ankündige, aber also meine Vermutung, das würde mich sehr wundern, wenn das jetzt plötzlich aufhören würde. Aber theoretisch beschäftigen wir uns eben jetzt weiter auch mit den Aktivitäten des BND und danach eigentlich dann irgendwann auch mit denen der Five Eyes, wobei abzusehen ist, dass die Regierungen der Five Eyes wahrscheinlich nicht zustimmen werden, dass wir Zeugen von dort vernehmen, genauso wenig, wie sie uns Akten geben werden. Dann kommt der Drohnenkrieg, die Flüchtlingsbefragung und schließlich natürlich eben das große Thema IT-Sicherheit und Schutz für Überwachung. und fertig sein muss der Ausschuss damit in zwei Jahren vor der nächsten Wahl und zwar rechtzeitig, denn auch der Bericht dazu muss noch geschrieben werden und damit haben wir noch ein bisschen zu tun. So, das war's. Ja, vielen Dank auch an dich für den Vortrag einerseits, aber die Arbeit, die du machst andererseits. Ich kann mir vorstellen, dass es trotz der fortgeschrittenen Zeit auch noch Rückfragen gibt. Eins, zwei könnten wir vielleicht noch zulassen, ansonsten dauert es leider einfach zu lange heute Abend, bitte. Danke. Mariam Laud, die Zeit. Mich würde mal interessieren, oder ich bin jetzt nicht so ganz schlau daraus geworden, gibt es irgendeinen Moment, wo man beweisen kann, also die Frage steht ja im Raum, hat der BND sich jetzt rechtswidrig verhalten, hat der deutsches Recht gebrochen? Können Sie das bejahen? Gibt es dafür Beweise oder nicht oder noch nicht? Also ich würde sagen, ja, das habe ich ja eben versucht zu beschreiben, an der ganzen Reihe von Punkten verhält sich der BND aus unserer Perspektive eindeutig rechtswidrig, inwieweit sich der Ausschuss zum Schluss zu dieser Meinung durchringt, weiß ich nicht. Das hängt so ein bisschen dann auch vom Selbstverständnis der Abgeordneten der Koalition ab, die ja sehr stark schwanken zwischen ihrer Rolle, in der sie die Bundesregierung verteidigen und andererseits gelegentlich sich auch mal bei ihrer Ehre als Abgeordnete gepackt fühlen, wenn die Bundesregierung allzu sehr über die Füße fährt. Und dann will ich Ihnen auch nicht absprechen, dass Sie tatsächlich hier und da auch noch eine politische Meinung selber haben, die da auch noch mal mit durchkommt. Okay, wir sammeln vielleicht einfach mal, weil es jetzt noch zwei Fragen gibt, mal eben. Genau. Ich hoffe, meine Frage nicht zu persönlich ist. Wenn ich mich richtig daran erinnere, hast du eine eigene Erfahrung mit Überwachung gehabt und musst du natürlich nicht beantworten, aber wenn es geht, was hat es für einen Einfluss auf oder Bedeutung deine Arbeit im Untersuchungsausschuss? Wir machen mal direkt weiter mit der nächsten Frage. Dann kann Anne erst noch was überlegen. Erstmal danke. Es geht um Folgendes und zwar hat du gerade diesen Ergebnisslide geschrieben, der ja sehr spannend ist. Und der Abschlussbericht ist ja auch eigentlich so ein Ergebnis dieses Ausschusses. Was ich mich jetzt frage, ist, wo siehst du so diese Sollbruchstellen dessen, was hinterher in den Abschlussbericht reinkommt? Weil du hast hier einige Punkte angesprochen. Lass uns mal die Metadaten zum Beispiel nehmen, ob die jetzt zum Killing genutzt werden können, ja oder nein. Da gibt es ja anscheinend auch Dissens im Ausschuss. Wie findet man da jetzt zu einem Ergebnis und was steht dann hinterher im Abschlussbericht? Jetzt eine Frage noch, wenn du das merken kannst. Ich hätte noch mal eine kurze Frage zur internationalen Zusammenarbeit, weil das ist ja ein extrem globales Thema und was du so dargestellt hast, dass ihr alle so im nationalen Sumpf so ein bisschen schwimmt, weil ihr euch ja nationale Gesetze halten müsst. Zusammenarbeit mit Kolleginnen in Europa oder vielleicht auch weltweit, die an ähnlicher Freude kommen. Jetzt? Okay, also meine persönliche Überwachungserfahrung. Ich muss dazu sagen, ich bin Politikwissenschaftlerin, beschäftige mich mit Grundrechten und Polizei und Überwachung seit 20 Jahren. Dass mich das dann persönlich erwischt hat, viele Jahre später, das ist ein extrem unglücklicher Umstand, aber war sozusagen nicht der Auslöser meiner Beschäftigung mit solchen Themen. Insofern würde ich behaupten, das hätte mich auch so interessiert und natürlich aber spielt da immer mit rein, dass ich selber schon erlebt habe, zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man den Eindruck hat, deine Mails werden mitgelesen. Das unterscheidet mich vielleicht jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt das erste Mal so bewusst deutlich vor Augen haben oder schlecht verdrängen können, dass mit Sicherheit alle Leute, die mit dem Ausschuss zu tun haben, von verschiedensten Diensten genau überwacht werden. So kurz dazu die Frage von dir. Noch mal ein Stichwort. Die Ergebnisse. Na, der Bericht, der zum Schluss geschrieben wird, der wird abgestimmt und insofern wird das mit ziemlicher Sicherheit, so wie das auch sonst bei anderen Untersuchungsausschüssen der Fall ist, einen gemeinsamen Bericht geben und dazu noch ein Minderheitenvotum, wo drin steht, was die Opposition darüber hinaus findet, zu dieser ganzen Angelegenheit. Und die letzte Frage. Internationale Zusammenarbeit. Sehr wenig, weil einfach wir dafür kaum Kapazitäten haben. Also um, ich jammere darüber gern und viel und wollte das jetzt eigentlich nicht machen, aber nur um das mal ganz kurz zu skizzieren. Es ist so, es sind eben zwei Abgeordnete der Opposition plus zwei Stellvertreter. Dazu haben die Grünen und die Linken je eine Referentin für diesen Ausschuss und dann gibt es noch ein paar persönliche Mitarbeiterinnen der Abgeordneten. Das ist sozusagen die Ressource der Opposition im Ausschuss. Die großen Fraktionen haben größere Stäbe von Personal und im BND, so geht zumindest der Flurfunk, soll es ein Team von ungefähr 100 Leuten geben, die alleine mit diesem Ausschuss beschäftigt sind. Das macht und sozusagen die Menge an Themen habt ihr ja gesehen. Das heißt, wir versuchen einfach so gut wir können, möglichst viel von diesem Material jetzt zu bearbeiten, weil das ja auch die einzige Chance ist, die wir haben und da bleibt dann einfach relativ wenig Zeit noch für so eigentlich auch wichtige Dinge, die aber eben zum Beispiel auch andere Leute machen könnten, wie zum Beispiel internationale Vernetzung. Ich habe jetzt zufällig auch durch meine Arbeit vorher Kontakte in verschiedene andere Länder, die das interessiert beobachten und was ich zum Beispiel total spannend finde, mit Google Translate die Netzpolitik-Protokolle ins Englische übersetzen, um sie dann ihren eigenen britischen, in dem Fall Abgeordneten, unter die Nase zu halten, um denen zu sagen, ey, guckt mal, das ist in Deutschland möglich, ihr könntet ein bisschen mutiger sein im Umgang mit GCHQ. So was gibt es in Großbritannien, da gibt es ja beispielsweise auch viele Gerichtsprozesse, die es jetzt hier nicht so gibt, aber das ist alles eher so Freizeitaktivität am Rande, mehr schaffen wir nicht. Ich muss leider das Mikro nehmen, weil das andere den Geist aufgibt. Sorry, dass wir nicht mehr Zeit haben für noch mehr Fragen. Vielleicht bist du noch ein bisschen da zumindest und kannst im Zeitungsfall auch noch bei einer Limo oder einem Bier eine Frage beantworten. Vielen Dank für den Vortrag. Ja, bitte. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.